Welcome, welcome Leute! Wir spielen hier Among Us, aber die Tasks sind manchmal komisch, sehr komisch, super komisch, wie wir hier auch gerade sehen, weil der Download einfach gar nicht weitergeht. What the heck? Wir müssen uns mal um Reaktor kümmern, wir hoffen, die explodieren dabei nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Laura ist jetzt gelieft. Na gut, wir haben noch sechs Sekunden Zeit, das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Shit, 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 shit. Oh, war das knapp. Alter, ist mir da die. Logo? Ich glaube, das war Logo, du. Das wäre so ein geisteskrankes Play gewesen. Eigentlich war der Countdown auch schon runter, aber der Report ging noch irgendwie durch. Ja. Ich konnte meine Tasks nicht machen. Ja, ich konnte auch nicht downloaden, weil meine Leitung ist kaputt. Ich habe eine Bambusleitung. Ich weiß aber nicht, ob das zum Game gehört, aber richtig weird, bei mir hat er automatisch gewendet, zum Beispiel. Ich wäre da vorhin schon fast aufgeflogen mit. Bei der Asteroidenaufgabe sind mir die Asteroiden weggeflogen. Die wollten nicht abgeschossen werden. Oh, war er. Hier wird direkt der Nächste gemacht. 4, 1, 2, 4, 8. Let's go. Haben wir gesaved. Dann machen wir hier nochmal die Swipe Card. Wurz. Hä? 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 Warte, wir warten mal, ab wer hier gleich rauskommt. Jonas? Hä? Aber Jonas war doch gerade eben dort drüben. Ganz komische Sache hier. Da gehe ich garantiert nicht hin. Vielleicht von oben. Ich gucke immer mal bei den Vans, ob eventuell jemanden zu finden. Macht jemand die Lights an? Das wäre nice. Steht da Jonas? Das wäre doof. Haps. Nice. Dieser? Nein. Jo. Oh. Gambo. Oh. Ich dachte schon, weil der halt gelb war. Weiß war. What the heck? What the heck? Was? Was? Chitty, chitty. Ah, da ist Jonas. Aber ich muss da oben hin. Aber dieser bewegt sich nicht. Aus irgendeinem Grund. Sophia geht mit mir. Let's go, Sophia. Komm. Wenn ich sterbe, lebt Sophia noch? Sophia lebt noch? Okay, nice. Ja, scheiße. Wo habe ich denn jetzt meine Aufgaben? Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Weil diese Aufgaben hier ziemlich weird sind. Ob ich eine Emergency Calle? Das Ding ist, ich kann jetzt eh nicht so viel machen, weil ich halt nicht weiß, wo ich meine Aufgaben habe. Ich glaube, ich habe da hinten jetzt eine Aufgabe. Warte, ich kann ja gucken. Oxygen um an. Shit, 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 shit. 17 Sekunden. Ist hier jemand? So. 6, 3, 1, 3, 1. Puh. Da ist Jonas. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie ich diese Task hier beende. Gambo. Oh, oh, das habe ich gesehen, Jonas. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Reaktor. Oh mein Gott, Jonas, es ist es. 13 Sekunden. 10. Es ist keiner da. Es ist keiner da. Ah, Jonas, es ist es, Jonas, es ist, Jonas, es ist es. Ja. Ich habe ihn wenden sehen. Ich habe Jonas in der Ecke stehen sehen und nicht in Richtung Reaktor laufen und Elina war schon da zum Flitzen. Weil das ja auch das Indiz Nummer 1 ist, aber ja, da habt ihr ja leider recht. Das Mittermod ist so offiziell, ich wurde ungefähr 15 Mal in diesen scheiß Wendt reingezogen, weil ich in der Nähe war oder drüber gelaufen bin. Das war richtig an Lucky, ey. 5 Minuten mit 1000 Tasks durch die Gegend gelaufen. Ich hatte überall Pfeile. Ich auch. Das hat richtig in den Augen weh gezahnt. Microphone muted. Oh, Ladies, ich bin Impostorin, yo. Ich muss hier ganz doll aufpassen, dass ich ja nicht in ein Wend husche. Ha, er guckt immer nach dem Wend. Oh, da komme ich aber nicht lang. Oh, Gott. Okay, es hat tatsächlich niemand gesehen, scheinbar. Easy. Dann müssen wir irgendwie gleich einen Kill hitten. Ganz klassico. Ich war bei dieser mit den Zahlen und das vergesse ich doch jetzt. Ich vergesse das doch jetzt. Die resetet sich eben. Gebrochen. War auch da, wow. Ich war so weit, ich hatte die Hälfte. Das war mir sehr spannend. Jonas ist tot, wer war es? Keiner weiß es, okay. Jonas liegt unten bei Lower Engine. Ich war safe, ich war ja 10 Minuten in der Task. Ich auch. Ich denke auch. Das habe ich versucht gerade im richtigen Kam. Wer stand da alles? Ich habe Laura und Sophia. Ich habe den Rollen, Lower Engine. Ich stand auch da. Ja, habe ich ja gesagt, Laura. Achso, ich habe so viel. Laura, Sophia. Okay, Elina, das... Jo. Ich rieche da was. Wahrscheinlich, oder? Ich bin runtergelaufen. Ich stand da. Ich habe den Reaktor gefixt. Unten. Ja, ich war oben am Reaktor fixen. Ja, aber der Kiel war ja nach Reaktor. Hö, ist doch kein Alibi. Ja, aber ich war halt unten und ich bin halt runtergelaufen. Ja gut, das stimmt. Ja, sorry. Das ist eine Minute oder zwei Minuten mehr. Ja, sorry. Ich wollte mich... Ich will mich halt mit Händen und Füßen safe, aber ich war es halt wirklich nicht. Ich bin da hinten gelaufen und er lag dann dort. Kambo, wo warst du? Ich war in Edmund und habe Cards geswiped bis zum... Geht nicht mehr. Ich war schon am Glühen. Lo, wo warst du? In Navigations war doch... Ich habe auf den Download gewartet und mich gefragt, ob man... Der Download, der dauert vier Tage, ja. Ja, okay, gut. Der, da brauchst du nicht warten. Ja, gut. Aber darf ich kurz was einwerfen? Ich kam aus Richtung Electrical und da kam mir Gambo entgegen. Wo lag jetzt die Leiche? An Upper oder Lower? Lower. Lower. Oh. Hey, aber warte mal. Von welcher Seite kam ich? Ich kam doch dann aus Storage. Du kamst aus Richtung Storage, ja. Das geht ja auch, weil ich in Edmund die ganze Zeit die Kacke da gemacht habe. Ja, aber dann ist der... Aber du hast am Ende gesagt, dass du bei Edmund warst. Ja, ich war... Ich war mir nicht mehr ganz... Du hast am Ende... Ach, du hast... Ach, 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 ach. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, wenn die Leiche in Lower Engine ist. Nee, macht eigentlich auch keinen Sinn, aber trotzdem hast du gelogen halt. Ich kann von Lower Engine nicht mal in Richtung Storage wenden, das geht nicht. Aber du hast halt gelogen. Du hast doch aus Richtung Storage gekommen. Ja. Aber die Leiche liegt ja in Lower Engine. Das ergibt doch keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn, aber er hat halt trotzdem gelogen. Ja, das ist doch... Hey, ist Lower Engine nicht links unten? Hä? Ja, ist es. Aber Storage ist doch rechts davon. Ja, richtig. Jetzt muss ich auffassen, nicht, dass ich wende. Das wäre nämlich übel doof. Oh nein. Oh, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ich schimmel hier jetzt einfach in dem Wend drin. Ben muss eh die Aufgabe machen. Ich hoffe... Ich hoffe, er braucht mega lange. Ich hoffe, er schafft es nicht. Das wäre echt lustig. Aber der Cooldown, der dauert voll lange. Hä? Ach so, er läuft ja gar nicht weiter. Ach so. Das ist ja jetzt eine dumme Nummer. Das ist jetzt blöde, Alter. Aber er hört einfach nicht auf. Mann. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss hier raus. Ach, finally. Nein, der macht diese andere Aufgabe jetzt doch. Kann doch nicht sein, du. Ich habe sie geschafft, die Zahlenaufgabe. Ich habe gerade eine Kamelaufgabe. Ben, ich habe dich gesehen, du stand... Ben stand wirklich 90% der Runde oben links bei diesem Ding da. Ich habe es geschafft. Ich bin so stolz. Also, wir müssen kurz durchkauen, wo jetzt gerade jeder war. Also, gerade war ja die O2-Aufgabe. Ich habe gerade die ignoriert. Wer war denn da noch mit Mia und Lou in dem Raum drin, ne? Ich war... Aber du bist dann wieder zurück. Von Shield, von unten. Ja, von entweder von Cafeteria wieder so reingedippt oder von Storage unten reingedippt. Ah, was? Ich habe nichts gesehen, war an der Task. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe ehrlich gesagt fast niemanden gesehen. Ich habe so viel gesehen. Deswegen wäre es jetzt nützlich gewesen, wer wo war. Denken wir, Gambo war richtig? An der O2-Aufgabe war. Ja, ich glaube immer noch, dass Gambo das war. Lisa hat die Aufgabe oben gemacht und ist mir halt entgegengekommen. Ich wollte da hin. Sie ist mir entgegengekommen, ist dann Richtung Capitale und ich bin Navigation rein. Ja, ich bin in Mad Bay rein, wo Sophia war. Und dann bin ich zur Reaktor. Da hatte ich so eine Kabelaufgabe. Und ohne Witz, ich habe diese Aufgabe gerade aufgemacht. Das sind 30 Millionen Kabel. Ja, die oben links, ne? Alter. Das sind 100 Farben. Die habe ich leider nicht. Wo war Elina denn? Weil alle anderen haben ja jetzt gesagt, wo die waren, oder? Ich war überall. Aber am meisten bin ich umgelaufen links. Und habe Ben die ganze Zeit zugeguckt, wie er seine Aufgabe hat. Danke, dass Elina der Qual zu guckt. Wir dürfen ja nichts mehr sagen. Hey, wer votet denn? Wer votet? Ja. Microphone muted. Okay, Leute, es ist time to kill. Time to kill, aber super. Aber ehrlich. So, dann gucken wir mal, wen wir jetzt killen können. Wir dürfen auf keinen Fall in einem Vent landen. Das war eine richtig wasted Runde. Laufen wir mit Logo mal rum. Und dann versuchen wir mal einen Killheimer zu machen. Da haben wir noch 10 Sekunden Zeit. All right. Woohoohoohoohoo! Sorry, Gumbo! Das Ding ist, ich bin richtig dumm in den einen Wend gesprungen, wo... Ja, ich bin auch am Anfang in den Wend gesprungen, warum hat mich denn keiner gesehen? Ich laufe in den Reaktor rein, Wend auf einmal vor drei Leuten und keiner juckt's, niemand sieht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017